Klassik auf Klick. Das SWR 2 Musikstück der Woche. Joseph Boudin de Bois-Mortier. Violoncello-Konzert D-Duo Op. 26 Nr. 6. Sie hören Christine von der Golz und L'Academia Giocosa. Ein Bruchsaler Schlosskonzert des SWR vom 10. Dezember 2016. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus Das SWR 2 Musikstück der Woche. Immer montags im SWR 2 Mittagskonzert und als freier Download im Internet. SWR 2.de